. Sind das Deutsche geschützt? Wie soll ich einen Lärm machen? Ich krieg den Lärm. Aber Steiders Angriff muss ja schon im Rollen sein. Wir müssen weit wie möglich verschwinden. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Aber der Führer ist so zuversichtlich, dass er die Lage meistern kann. Er ist sicher, dass der Angriff von Steiner alles zum Guten wenden wird. Ich habe ihn mehrmals sagen hören, dass dieser Angriff das gesamte Kriegsgeschehen beeinflussen wird. Jeder in der Umgebung des Führers weiß, dass das ein Hirngespinsel ist. Fantasie! Ich würde mich wundern, wenn er selbst daran glaubt. Ja, aber was soll das denn heißen? Warum sollte er denn ein Spiel mit uns spielen? Was hat er denn noch zu verlieren? Ich glaube ihm kein Wort! Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat er Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Schöne unter den Vorm Gießen. Das bleibt nicht mehr Raum, Keiter, Jorgen, Krebs und Bockdorff. Das bleibt nur mein Raum, Keiter, Jorgen, Krebs, und Bockdorff. Das war ein Befehl! Der Angriff Stein, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Mardin, Sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das einfach gekommen. Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Statsfeiglinge! Verreicher und Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmalaraktion nur verhindert! Es hat mit denen nur ein specklichen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so vernahten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie wird das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Wofür haben sie gehört! Wofür haben sie gehört! Wofür haben sie gehört! Wofür sind sie, wofür ist sie! Was ist sie! Wofür haben sie gehört! Die Befehle sind die Befehle sind ein, Zuwanderen, sie ihr oder sie mit ihnen gueren. Der Krieg ist einляutt, ein crewhänger. sie schnauert, sie diese Reggermeiterinion. Ich dacht!